Musik Ja, wir machen eine Menschenformation, möglichst viele Leute, die es 350 hier im Park zeichnen. Ja, 350 ist, glaube ich, irgendeine spezielle Zahl. Klimaschutz, das wird noch lange, lange ein grosses Anliegen sein und wir müssen uns zusammenfinden, um dafür einzustehen. 350, das bedeutet Parts per Million, also Teile pro Million in der Erdatmosphäre. Wir sind jetzt bei fast 390 ppm und selbst wenn wir sofort praktisch vollständig aufhören, weltweit fossile Brennstoffe zu verbrennen, selbst dann wird es nicht gelingen, in einer sehr kurzen Frist zurückzukommen auf 350 ppm. Das wahrscheinlichste Szenario ist eine Zunahme der globalen Temperatur um etwa 3,5 bis 4 Grad Celsius bis Ende Jahrhundert. Eine Wärmung an 4 Grad entspricht einer Klimaänderung in der Grössenordnung einer 3,4er Eiszeit. Und dies in weniger als 100 Jahren. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.